Bereit für Ostern? Hol jetzt die brandneuen limitierten Kristalldesigns von totem Gold als All-Overprint-Design, saftiges Maragd als Glitz-Edition und den brandneuen Kristalldesign mit allen Charakteren. Ebenso wie das saftige neue T-Melone-Donut-Design. Limitiert, nur für gute Zeit jetzt auf shop.kfz.com. Hey Leute, es ist wieder mal Chaos 440 und willkommen zu einer Runde Minecraft Badwars. Ja und ihr, sie freut sich. Meine erste Runde Minecraft Badwars aber, aber Leute, wir spielen nicht normales Badwars, also ob ich normales Badwars auf dem Serverspiel. Wir spielen heute Badwars, aber es ist 100% realistisch. Vielleicht kennt ein paar von euch das Video, was ich vor kurzem gemacht habe mit Easy, wo wir Minecraft auf 100% Realismus gespielt haben. Wenn ich jetzt reich zu meinem i aus hier, könnt ihr es anschauen, weil wir spielen heute mit einem Physik-Mod, wo alles realistisch ist. Ja, zum Beispiel Tops hat auch realistische Physik, der fällt runter, wenn man ihn runterschubst. Ups, sieht aus. Warte, warte, warte. Ah, schau. Okay, schon bin ich in Team-Reim. Ich bin ja auch jetzt kein Badwars-Profi oder so, ich bin jetzt eher so ein Anfänger, aber ich habe mit Easy schon ein paar Sachen gelernt. Let's go! Okay, äh, äh, Tops, Tops, lass auf Easy, lass Team-Reim. Wir können nicht reporten werden, wir sind nicht auf dem Server. Tops. Ne, Spaß. Ähm, okay, also ich bin jetzt hier, äh, wir haben eine normale Map, die Map ist richtig geil, ist sogar ultra schwer gewesen, eine Badwars-Map zu finden, die nicht online ist, oder mit Plugin. Okay, Item-Shop. Das heißt, warte, Shift-Click-Items. Ey, das ist cool. Warte, und jetzt haben wir hier ein Bett, und warte, und solange man das Bett hat, respawnt man, und wenn es abgebohrt ist, stirbt man. Spawnt. 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 Okay, was gibt's überhaupt alles? Emeralds? Warte, ich glaube, Emeralds kriegt man in der Mitte, kann das sein? Und wo kriegt man Dears? Am Rand, woher ist Dears? Ist ja, erklär mal, erklär mal, erklär mal. Also, mit Dears sind normal so Upgrades, du kannst dir sagen, ist das hier realistisch nachgemacht? Ich glaube, aber ich glaube, es ist schon relativ gut nachgemacht, aber Tops ist eigentlich Pro wie ein Hypixel. Team Upgrades. Echt? Ey, ich spiele Tops Badwars? Ja klar, Alter, ich hab das nur Zeit lang gemacht. Oh nein, ich glaube, ich bin der Hightech, der nicht wirklich Badwars spielt. Hä, du spielst doch, du hast mit mir gezockt. Ja, aber jetzt nicht viel, das waren vielleicht zehn Runden oder so. Ja. Ich wäre Tops nur zu tausend Stunden. Okay, aber was ich sagen wollte, das ist ein nicht normales Badwars. Ich kann's nämlich hier hingehen, aber wenn ich jetzt hier einen Baum abbaue, seht ihr, er zerfällt realistisch. Oh, ich hab, oh, nee. Oh! Ja, guck mal, das seht ihr das? Es zerbricht komplett. Demons. Demons? LOL, ich könnte jetzt den Strut machen, warte mal, ich brauche keine Wolle. Ich lasse mich nicht scammern vom Villager, ich crafte jetzt einfach Holz. Weil ich kann nicht mit einem Schild craften wie bei 1.16 PvP, mein einziger Vorteil. Ja und ihr habt doch EZ schon in der Mitte, oder was ist das? Ja, EZ fast brischt sich schon. Wer ist denn da noch zu seiner Base? Ist das der Flo? Wissen weißt du denn da, du lahme Ente? Also ich mache jetzt das selbe, was ich immer auf Badwarser mache. Ich baue jetzt mit Wolle. Aber Tops, ich wäre beim Tops vorsichtig, der ist gut. Ich baue jetzt, ich baue jetzt ganz groß in den Himmel, ein Schild, wo steht Tops stinkt. Okay, dann danke. Warte, was, was kaufe ich mir für Gold? Ich habe 14 Gold. Oh, nee, warte mal. Schwert oder so. Schwert oder so. Oder Rüstung. Schwert oder Rüstung? Warte mal. Rüstung. Oh, ich seh 12 Gold. Permanent Iron Armor. Also wenn ich sterbe, habe ich die immer noch? Ja, genau. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich beim Village was abbaue? Fällt der denn aus der Map? Probier's mal aus, bitte. Warte mal, kann ich mir Eisenrüstung craften? Kann ich? Ja, ich bin sogar wach. Ja, wir spielen, äh, nicht ganz religiöses Badwurst, wie man es kennt von selber. Ähm, aber ist egal, ist egal. Das ist vielleicht mein Vorteil. Warte mal. Endstone? Ne, Endstone kann ich mir nicht kaufen. Äh, Blast Protection? Ach, für, für Emeralds kann man Gold, äh, Dings kaufen. Äh, äh, ne, nicht Gold. Ah, Obsidian meine ich. Von wem? Vom Villager. Warte mal. Okay, ich, äh, ich komm jetzt mal zu euch. LOL, meine Minecraft-Tippel wird hier Dings. Okay. Ich seh so weit. Ich seh sie in der Mitte. Ich hab Eisenrüstung die ganzen Emeralds und Dears. Kann das, ist es ein Strat? Ja. Echt? Keine Ahnung, so. Warte mal, Easy. Gibt es diese Feuerpölle? Gibt es die, mit denen mich immer alle abgeschossen haben, äh, in den Badwurst-Dings? Runden? Gibt es die hier? Die sind hier Feuerkugeln. Ja, ja, aber du müsstest die hier. Die sind Gaskugeln. Gibt es die? Enderperle, Bridge, Bridge Egg. Oh, mein Gott, ich hab fast runtergefunden. Silverfish, Fireball. Ich seh's grad. Warte mal, wie viel kostet das? Warte, kann ich das, kann ich das backen? Äh, okay, ich hab ein Fireball. Okay, ich hoffe, eure Betten sind gut versteckt. Oh, warte mal, ich sollte nicht mein Gold mitnehmen, äh, sonst, äh, weil wenn ich mit Easy Badwurst spiele und mein ganzes Gold über die Tafel herunterfallen, dann schreit sie mich immer an. Dann rastet sie sich aus. Flo, nein! Natürlich ein bisschen ruhiger, aber ein bisschen sanfter. Nein, eigentlich schreie ich ihn dann schon an. Eigentlich noch lauter. Ich würde Flo auch anschreien. Warte mal, okay. Aber ich hab jetzt Dias. Ich hab auch niemanden. Crofted Demon Schwert. Ja, mach ich jetzt auch. Ne, 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 ne Crofted Demon Schwert. Crofted Demon Schwert. Ja. Okay, muss man, ich muss mit dem Crafted Demon mitnehmen. Das muss so real sein, weißt du, dass man sich im Bedroff was craften kann. Das stimmt, aber das ist eigentlich auch mal interessant, eigentlich. Was wäre, wenn man im Bedroff craften kann? Äh, 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 was bringen Emeralds? Äh, die kannst du auch, äh, ins Nichts schmeißen, dann kriegst du, äh, einen Bonus. Ich glaub, man kann Obsidian kaufen, kann das sein? Wenn du dich ans gegnerische Bett droppst und dann wieder gehst. Tops, ich seh nicht? Ja, echt? Ich glaub, jetzt den Baum hier. Äh, Leute, ey, ich find diese Animation immer noch so sick. Tops, du hast ihn doch eigentlich richtig gesehen, oder? Äh, doch, ich hab's auch schon im Baum gesehen. Wie findest du den Mod? Ja, der ist ganz, äh, so realistisch. Jürgen ist in der Mitte! Ja, dann hab ich ihn nicht. Jürgen ist in der Mitte! Oh nein, Jürgen macht den Superjump! Oh nein, Jürgen heißt Brigitte! Jürgen macht den Superjump! Jürgen fällt into the void! Das ist schön. Okay, warte, was gibt hier ne Mitte, was sich lohnt zu holen, außer dir? Emeralds? Birkenholz ist, Tops, eklig! Wieso mögen Leute Birkenholz, ich versteh's nicht. Birken, die Birken. Böken ist ein blödes Pilz. Tja, Izzy, was willst du jetzt machen? Das kann nicht dein Ernst sein. Jetzt bohrt er den, nein! Nein, nein! Ohohoho! Das war knapp, gell! Ich hab mir gewissen. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Ja, dann komm ich halt zu dir. Wie denn, hast du ein Bridge Egg? Und wie das heißt? Ich spasse mir schüttel mich einfach zu dir. Können wir das okay? Oh nein! Okay, dann habe ich mir das jetzt hingeholen. Easy, macht rückwärts Bridge! Haa! Nein! Das wird nicht! Ich muss jetzt mal sagen. Ich brauche jetzt ein Tor! Ey! Viel Spaß mit deiner Brücke! Was hast du getan? Deine Brücke erstmal entfernt! Ey, das ist so witzig! Ey, wir müssen mal ein BWP-Projekt machen mit dem Auto oder so. Ist wirklich so? Oh Gott, nein, bitte nicht! Eindeutig nein! Hallo Flo! Oh! Boah, Tops! Komm her! Komm her Flo, komm her! Nein! Yes! Kriegst du Items von mir nicht? Nein, nein, ich kriege keine Items! Hä? Oh, mir ist gerade aufgefallen! Warte mal! Ich sollte besser aufpassen, dass niemand von euch in meinem Bett stieblitzt! Was ist das mit Julian? Julian steckt sich hoch! Oh, ich könnte eine Taktik machen, dass ich... Dass ich einen Parcours baue! Dann wird Easy Safe nicht zu mir kommen! Das mache ich manchmal auf wie zu den Ballen! Was eine Taktik ist, ich wissen nicht viele! Äh, nämlich einfach ein Parcours zu bauen! Wo jeder einfach runterfällt! Mhm! Dann brauchen wir dich einfach rüber! Don't do it! Nein! Du entsprüngst meine Brücke! Dann werde ich aber auch mal... LOL! Was?! Oh mein Gott! Ey Leute, wollt ihr mehr so Minecraft realistische Mini-Gaps oder sowas sehen? Was soll das nächste realistische Spiel? Es muss irgendwas einfach entzächten. Also Wolf zum Beispiel geht nicht. Ähm... Permanent Iron Armor. Okay... So weit gleich bin ich noch ganz safe! Also Paintball-Mod oder sowas gibt's dir sicher! Paintball-Mod? Ey, stimmt! Oder irgendwas anderes? Was sind denn so... Survival-Games? Aber realistisch glaub ich mach nicht viel Sinn! Die... RTX! Nein! Ich hab mir russisch gekraftet! Aber ich kann meine... 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 meine Helme und mein Ding sich da ausziehen! Ich glaub ich hab mich grad selbst gescammt, ohne dass ich's mitbekommen hab! Okay, warte! So, ich möchte dich was fragen, ob du Lust auf etwas hättest! Oder möchtest du mir helfen? Ey, ey! Ey Junge, Tops! Ich hab grad Angst bekommen, dass du den Tops-Fuch machst! Und dann hab ich bemerkt, dass wir falschen Dings haben! Ey, was passiert, wenn man die Insel unter dem Bett erbaut? Stimmt! Was passiert denn eigentlich? Das seh ich jetzt bei Jurens Insel, Flo! Wenn wer sich's auch noch angucken möchte, kann bitte einfach zu Jurens Insel... 12 Gold! Okay, warte, ich hab jetzt... Oh ne, warte, das ist deine Insel! Nein, das magst du nicht! Oh! Don't do it! Don't do it! Don't do it! Ja ne, ich... Okay, mach immer jetzt roh, das ist im Bett, ist weg! Rund, Tops! Rund, Tops! Tops, noch letzte Worte! Du bist ja nicht mehr bei mir, du Depp! Aber Tops ist bei dir, oder? Ja! Dein Typ, hörste... Juren labert gerne! Okay, okay, okay! In der Mitte ist easy, also pass auf! Komm her, Juren, komm! Komm! Komm her, komm! Boah, ich hab zu gewaltig, aber ich bin Tops in der Base! Wer ist der Tops in der Base? Mann! Boah! Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Das hat mein Weg abgebaut! Jules Insel geht kaputt! Warte, Jules Insel geht kaputt! Warte, warte, warte! Danke, easy, weißt du? Er hat mein Weg abgebaut und der komplette Weg hat sich... Ja! Dann würde ich sagen, ich gehe einfach zu Flo! Nein, easy! Machen wir Base Swap! Wieso ist die Gase hier eingebaut? Ist mir doch egal! Und ich hab dein Bett! Zieh, easy! Dann würde ich mal an deiner Stelle ganz schnell sterben und nach Hause kommen! Ne, 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 ne! Ist mir egal! Ich gehe all in easy! Kann ich hier nur was kaufen? Ich nehme jetzt deine Base! Ist mir egal! Ich will nicht spawnen! Juren hat doch ein Bett, fällt mir gerade auf! Oh, oh! Dann ist Juren der Letzte mit Bett! Jura, es ist ein Typ im Bett, der immer camped und nie Base voll ist! Es gibt immer einen! Okay, warte mal! Das kann ich mir noch kaufen! Und permanent Diamond Armor! JURN! Ah! Nein! Oh mein Gott, nice! Ich habe jetzt 30 Gold! Du kriegst gleich mit Bett eingebaut, Tobes! Das kriegst du nicht so schnell hin! Warte, was kauf ich mir noch für Gold? Ein Schwert bräuch ich nicht unbedingt! Iron Armor! Ich bräuchte mal Emorat eigentlich! Nein! Tobes! Tobes! Was macht ihr denn die ganze Zeit? Guck sie weg! Nein! Nein! Guck sie an! Guck sie an! Guck sie an, Flo! Oh mein Gott! Ihr hattet ganze Base geht kaputt! Nein! Warte, warte, ich will es auch sehen! Ich will es auch sehen! Tobes, das fragst du dich! Okay, ich kann nicht respawnen! Er hat doch ein Bett! Er hat doch ein Bett! Nein! Ich bin der Händler! Ist es in der Mitte? Warte, ich geh zurück! Ich geh zurück! Ich geh zurück! Also, Dings! Wäre das nichts mehr? Warte mal! Ich will noch mal sehen, wie du uns in der Base zerbricht! Tobes, kannst du das nochmal machen? Junge! Gamm! Warte, kann ich nicht eigentlich? Warte mal! Ich weiß schon! Nein, Flo! 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 Warte, 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 warte! Oh mein Gott, was mach ich jetzt? Ich kann nichts mehr machen! Wieso bist du stuck? Äh, Isi, befreist du mich? Ich geb dir dafür, äh, äh, 3 Dears! Wieso? Wieso kann ich dich nicht schlagen? Los! Okay, jetzt! Frieden! Frieden! Nein, ich brauch kein Geld! Alles gut! Jetzt weitermachen! Okay, dann geh ich lieber auf Julian! Okay, Isi! Du verdienst dir dafür meinen jetzigen temporären Frieden! Oh mein Gott, ich seh's! Wo, 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 wo! Alter, baue ich mich grad nach oben! Woah! Ja! Hast du alles geklappt? Ah! 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 Ja! Geh kaputt! Geh kaputt! Alter, du schreist du! Äh! Das macht das... Nein, mach nicht die Insel kaputt! Mach alles kaputt! Die Insel! Die Insel! Die Insel geht kaputt! Die Insel geht kaputt! Die Insel geht kaputt! Ja, die geht! Was?! Ja, darf eigentlich nicht gehen! Hallo Flo! Aber... Tops nicht! Tops nicht! Tops! Er kriegsbündnis! Ja, Tops! Mach die... Mach die Dings kaputt! Ja, hilf mir! Hast du ne Spitzhacke für mich? Bitte Flo! Äh! Ja, ja! Ich hab den gejobbt! Ich hab den gejobbt! Ja, ja! Abort! Mission Abort! Abbahn! 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 Nein! Ich hab's geschafft! Ich war's hier in der... Geht's kaputt! Geht's kaputt? Alter, guck mal wie... Aber nur teilweise! Du musst den Feuerball draufschmeißen, glaub ich! Oder? Kann's sein? Du musst... Du musst unten den Stein abbauen! Nein! Oh, yes! Ich hab Jürgen gekillt! Ich hab Jürgen gekillt! Alter! Auf jeden Fall! Äh, Tops! Tops gestorben! Ja, ich bin gestorben! Ich bin runter! Ich hab den Strip runtergeworfen! Du hast den... Du hast den Fehlscher abgetoppt! Ja, ich hab mich... Am Anfang hab ich nur so ein bisschen von der Wand abgekratzt von der Insel und dann bröckelt einfach alles runter! Oh, dann ist es jetzt ein 1 gegen 1! Das war lustig! Okay! Ja, gut! Enderperle! Warte, warte! Tops! Äh, Dings! Was soll ich kaufen für Emeralds? Äh, Emeralds! Permanent upgrades! Diamond Sword! Ja, Tops! Permanent bringt nix! Ich hab schon die beste Rüstung gecraftet! Nee, das... Nee, nee, nee! Warte, hast du Netherite? Nein! Es gibt dir... Es gibt dir... Es gibt dir Rüstung! Ja, warte! Ich kann mir selber welche machen! Ich hol mir den Enderperle! Ich glaub, es lohnt sich mehr! Ist hier Zeug drin? Okay! Ey, ja! Es ist so verrückt! Jetzt warte mal! Kann ich mir noch was kaufen hier? Ich hab noch ein paar Blöcke! Ich hab 37 Gold! Seh ich grad! Deathmatch! 20 Sekunden! Nein! Oh, oh! Da-da-dam-dam! Äh... Die Rüstung? Kann ich mir nicht kaufen! Ich hab mir jetzt nicht fürs Deathmatch gekauft! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was soll ich mir kaufen? Goldene Abfälle! Oh nein! Ich wusste, dass es hier ein Deathmatch gibt! Okay! Ja, ich bin halbwegs safe! 5 Fahrer auf Flo! Ey, ich hab den Emerald in der Mitte abgeboren! Statt zu warten! Ich hab neun Emeralds verkauft! 500 IQ Leute! Okay, das kauf ich mir noch! Ich glaub ich hab' ich alles! Wo ist Deathmatch? 10 Sekunden! Okay! Easy gegen Flo! Soll ich jetzt... Ich baue Uranin-Insel noch ab hier! Deathmatch! Geht's jetzt los? Oh! Ach, da bist du! Wo bist du? Wo bist du? Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, das könnte kreatisch werden! Oh, wer hat denn da gerade ein Gold in der Mitte jetzt? Ich hab' Jürgen-Insel! Baut sich noch ab! Oh, das war ein dicker Gold-Apfle, glaub ich! Flo! Du musst hier einen Zert bauen! Bau einfach nur nen Rand ab! Bau einfach nur nen Rand ab! Bau das Dirt ab! Ja, warte, warte, warte! Tops! Ich hab' dem in die Spitze gegeben, jetzt hab' ich keine mehr! Guck mal, zu easy, guck mal zu easy! Oh! Nein! Ich muss ihn runter schlagen! Ah! Easy hat auch nen Schild geschafft! Oh mein Gott, es packt so! Oh mein Gott! Jürgen, was ist das denn für ne blöde Takti? Oh! Komm zurück! Kann man ja richtig die Pfeile schießen? Ich glaub' der Mod-, der Dings, der sah halt den Mod nicht aus! Oh mein Gott! Ah, ich glaub' jetzt geht's wieder! Oh oh! Soll ich die Plottarmor aktivieren? Nein, 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 nein! Easy hat er ab! Bau den Statt, genau! Yes! Ich mach' die Tops-Taktik! Das Geile ist, bauen bringt halt nicht so viel hier! Ich kann nichts essen! Hey, wieso hast du Hunger? Ich kann doch nichts trinken! Ich kann doch nichts trinken! Ja, es ist halt Deathmatch! Nein, das kriegst du nicht hin! Komm, Klo! Eis ab! Ah! Ich mag jetzt die Easy-Taktik! Ich spamm dich jetzt einfach! Welche Version ist das hier? Ey, das sieht doch echt aus, ob ihr so einen Hack hat bei mir, weil es so laggt! Ach, komm schon! Nein! Ey, aber GG! Also man merkt schon, Easy ist echt Profi! Ich glaub, du würdest mich safe in 1.8-4 besiegt! Ja, auf jeden Fall! Oh mein Gott! Ey, aber der Einzel-Abbaut-Trick ist ja mal übelst nice! Leute, lasst uns einen Like für Minecraft Realistisch hier! Äh, bis zum nächsten Mal! Schaut mit den anderen drei vorbei! Und wenn ihr bald was sehen wollt, schaut bei Easy vorbei, wo ich natürlich der Beste bin! Ähm, haut rein bis zum nächsten Mal! Und tschau! Bereit für Ostern? Hol jetzt die brandneuen limitierten Kristalldesigns! Von totem Gold als All-Over-Print-Design, saftiges Maragd als Glitz-Edition und den brandneuen Kristalldesign mit allen Charakteren! Ebenso wie das saftige neue T-Melone-Donut-Design! Limitiert nur für gute Zeit jetzt auf shop.kpt.com!